Hallo, ich bin's wieder aus Budenheim vor unserem Aktiv und Gesund. Ich möchte euch heute die Andrea vorstellen, unsere neue Kooperationspartnerin von der Fahrschule Matern. Die Andrea darf sich jetzt ein bisschen vorstellen und auch noch was erzählen. Hallo, mein Name ist Andrea Zarrarias. Ich besitze die Fahrschule seit 2012 in Heidesheim und Budenheim. Mein Team und ich bilden mit Begeisterung und Engagement unsere Fahrschule aus. Schaut gerne bei uns vorbei, Dienstag, Donnerstag, 18 Uhr. Oder ihr trefft mich hier bei Aktiv und Gesund. Dankeschön!